GOOOOOOOD MORNING, YOUTUBE! Ich hatte letztens im Stream 6-7 Stunden Markov Tensions gespielt, das habe ich jetzt zusammengekattet. Könnt ihr euch ruhig angucken, ich würde mich auch über einen Ab- und Like freuen. Dann wieder schön reingehauen, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis in einer Woche. Und dann... Tschö! Ich glaube, weil ich, ähm... Zweimal diese Obsidian-Tests... Piss dich, Digga! Merke ich mir, ne? So, Digga, es macht keinen Sinn! Digga, holy moly. Maschallah. Ich weiß auch nicht, was da los ist, Digga. Ich würde gerne helfen, aber ich habe keine Pfeile gemacht. Fuck! Oh, das ist ne Kiste, lol! Wo bist du die Kiste? Danny! Oh, ein Prepp war auch perfekt! Bruder, Bruder, ich hab die Doff... Wir haben den Doff, Bruder, ich weiß. Ach, nee. So, Digga, jetzt kommt Chest opening. Oh, Bruder, der hat aber kassiert jetzt! Oh, Bruder, der hat aber kassiert jetzt! Oh, gehst du bei mir? Oh, ne Spitzsacke! Endlich mal ein besserer Bogen! Oh, ne Spitzsacke oder nicht? Danny, ich hab ne 12er Spitzsacke! Ich hoffe, den Artenfack. Warte, ich geh mal wieder in der Sitzung rein, Digga! Hast du die bekommen? Oh, Bruder, ich hab das passende Item für mich! Warum nicht? Da muss ich halt mit mal schnellen Schlagen rein, ne? Ja. Oh, was hab ich da für ne Rüstung? Oh, ich hab schlechtere Dolche gesehen. Danny? Einzigartige Rüstung. Ja, okay. Ben, was... Oh mein Gott. Ben, renn. Wie soll ich denn rennen, wenn der Lava ist, Digga? Was ist denn los mit dir? Haben wir ihn getötet? Na, ne. So. Hä? Hier war so'n Typ mit einer, ähm... flammenden Stange. Stärke? Oh! Haufer! 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 Ja, wenn du Pilze hast, sagst du... Ja, 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 Bruder, aber grad nicht. Ja, easy. Ich bin fast, Digga. Ich bin Zirachos. Oh! Bruder, also... Nanderman. Ehm, what the... Et, tt. Geh dich mal. Ja, dieser Spee ist ja richtig scheiße. Boine, ich kann ihn mit Nanderman mit dem Bogen hitten. Kannst du ihn mit dem Bogen hitten? Ja, ja. Oh. Lass mal kurz warten. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Bin gefein, aber hab ihn. Du hast mich. Oh. Das ist echt gruselig, Digga. Erinnert mich irgendwie an das Süße, in der Kammer. Das ist dich noch, Digga. Wenn ich jetzt reingehe, bin ich tot, Digga. Hab ihn. Mit ganz wenig Leben. Bruder. Oh, Mann, Digga. Ich hab was episches, Digga. Äh, äh. Ich mein, was... Ein... Einzigartiges. Irgendwas hat mir richtig Damage gemacht, Digga. Ich hab das andere One-Hit war, Digga. Ich weiß aber noch nicht was, Digga. Ich kann so verschwanderisch mit dem Fein umgehen, Digga. Mich ist so ein Raum lieber, weil dann kriegst du am Ende eine Kiste, weißt du? Lol. Ich weiß nicht. Ja, was ist? What have you done? Bruder, was geht hier ab? Ah, Danny! Hab ihn. Och, Digga. Kann ich hier nochmal so ein Ding aktivieren? Ah, geil, Digga. Noch einen. Das ist ein Gegenstand. Oh, Digga. Ich hab fast keine... Danke, ne? Ich bleib mal im Heat-Totum. Ja, da kam dieser Kiste. Bruder, Heat-Totum fühl ich. Bord'n Apfel? Meins. Ja, hat er mir geklautet. Digga, weiß nicht, ich hab kein Leben mehr geklautet. Und man geht die ganze Kiste auf der Karte und ich freu mich so und dann wieder nicht. Mal schauen, ja. Stell dir diesen Erz in the John. Was? Oh, es geht zu? Was falten wir jetzt gegen den Typ? Keine Ahnung. Das ist schon ein Motiv. Oh, ja, mein Gott! Weg! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Du kriegst zu viel mehr in der Mitte! Ja, das fühlt sich auch noch auf dem Finale an! Okay, schöne Hitsch, schöne Hitsch, schöne Hitsch, ich bin top, ich bin top, hab meine. Ja, und jetzt kommt die schwierige Phase. Oh mein Gott. Was ist das, Digga? Ich bin so gut wie tot, ne? Warum? Hallo? Wie soll ich denn wegrennen, Digga? Ich pack bei mir in der Luft. Dieses Game! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. илась